Hallo miteinander, ich bin Janine, bin seit fast acht Jahren im Sutterlüt in Plutens und führte den Job als Marktleitung aus. Ich habe meine Karriere als kleine Stellvertretung gestartet. Nach drei Jahren, als ich meiner Erfahrung sammeln durfte als Stellvertretung, bin ich dann aufgestiegen zur Marktleitung. Ich habe echt viele Tränen vergossen, weil es am Anfang echt nicht einfach war. Aber mittlerweile würde ich meinen Job nie mehr herangehen. Ich liebe meinen Job. Egal ob das die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern ist, mit unseren Mitarbeitern aus dem Service-Center oder einfach nur mit unseren Kundschaften oder Lieferanten. Es macht einfach nur riesen Spaß. Es macht wirklich Spaß unseren Kundschaften, ein lächelndes Gesicht zum Zaubern und da bei den Mitarbeitern können wir das ganz gut, weil ein Scherz zwischendrin, das lockert die Arbeitsstimmung und die Motivation ist definitiv dann mehr da. Und das macht unseren Job einfach gesundreg.